Ihr Liebt nur draußen, willkommen zu einem neuen Let's Play! Accident the Pilot Das ist eine Demo-Version, es gibt auch eine komplette Vollversion, immer noch in der Early Access Und wir müssen, wir werden mit dieser VR-Brille zu einem Unfallort gebracht und müssen einen Fall klären Sehr cool, sehr cooles Spiel und auch, soweit ich es angespielt habe, man kann so testen, da misstesten Sehr realistisch Ich finde das gut, ich finde solche Spiele sehr gut, wer sowas mag, ist auch recht spannend Man kann auch was daraus lernen, wie man bei einem Unfall Ihr wisst ja, wenn ein Unfall passiert, ist man selber immer nervös und man weiß nicht, was man machen muss Und ich finde, das Spiel zeigt einen, wie man Schritt für Schritt vorgeht Und natürlich kommt dann auch Detektivarbeit, wir sind ja hier Mr. Detektiv Und wir haben hier unsere Unterladung Hier seht ihr, das habe ich einmal mal ganz kurz angetestet Das ist so ein Crash-Test-Dummy-Labor Und wir gehen mal ganz kurz auf die schwedische Countryside Oktober, 3. Oktober 2016 Kronberg Country Sweden Um 12.30 Und First Responder, das ist genau Und das machen wir jetzt mal Ich verstehe noch nicht so ganz genau Ich Werde ja gleich mit den Augen Dieses August Nielsen Sehen Und dann werden wir sehen, was er so getan hat Das finde ich ganz cool gemacht Wir gehen mal rein Viel Spaß Gut gemacht, ne? Ich finde das sehr, sehr cool Ihr könnt übrigens die Demo bei Steam runterladen Das ist noch free Und Das Full Game ist natürlich, kostet dann was Okay Ich hoffe, dass wir alles richtig machen Wie gesagt, ich finde Soweit ich spiele, ist sehr, sehr gut gemacht Okay Äh, kann man hier steuern? Ne Ja, schön langsam auf dem Hubbel drauf zu fahren Sonst machst du noch die kaputt Die stoßt einfach kaputt So Da ist der Unfall Anhalten So Was machen wir als erstes? Klar, Warmblinkanlage anmachen So gut, damit die anderen nicht hinten drauf fahren Was haben wir hier sonst noch? Call the Emergency Service Also ich habe jetzt auf der 1 jetzt hier das Telefon 1, 1, 2 Richtig Mach alle Autos aus Sichere die Unfallstelle Können wir gerne machen Seht ihr die übrigens Unten links Das sind so Diese Balten Diese kleinen Köpfchen Mit Fragezeichen Und so Das sind übrigens Äh Die Die Lebensanzeigen Oh weih Das geht immer weiter runter Seht ihr das? Da geht es an der Person Ganz, ganz, ganz schlecht Feuer, da ist aber Feuer Put out the fire Ja, immediately Okay, das ist klar Feuer ist mal aus Oh, der eine sieht aber richtig, richtig böse aus Schnell, schnell, schnell Was hier passiert Da ist ein Kind im Auto Haben wir hier was? Hier ist was Hier ist was Rennen Okay, Feuer ist aus 50 Meter auf allen beiden Seiten Erstmal absperren Damit keiner andere In die Umfalls In den Umfall Hier rein rast So, jetzt aber Die Autos ausmachen Oh mein Gott Leben Der Lebens Der Lebensbereich Von den Leuten Geht immer Der ist einer Der hat übrigens Kein Leben mehr Wer ist das? Vielleicht der Typ Der auf dem Boden liegt Weil der sieht Ziemlich blutig aus Scheint mal der Lkw-Fahrer sein Weil der ist Die ganze Scheibe kaputt Kommen wir eigentlich von der Seite auch rein Baff Türen durch Schmischen durch So, Auto ausmachen So Wie geht's dir denn eigentlich? Okay Leicht schütteln Check the breeze Ah, okay Kopf erstmal in den Nacken legen Und dann Okay Haben wir's gemacht Habt nichts gehört Habt man da was? Müsste ich Okay Wir haben Eine Wunde gefunden Kommen wir hier wieder raus? Achso Hier Okay Wir müssen uns beeilen Ich geh erstmal bei der Frau gucken Der sah mir gar nicht gut aus Die ist ja richtig reingerast Leicht Leicht schütteln Hallo Ma'am Warum geht's noch Ah Abschnallen Okay Hier ist eine Wunde Ne Und Hier müssen wir Gucken Ich höre bei der Dame auch nichts August Hey Kleiner Mann Kopf in den Nacken Und wir hören Okay Schneller Weiter Wir müssen uns ja auch schon Wir müssen uns was beeilen Man muss zwar ruhig An die ganze Sache rangehen Ich finde sowas ganz gut So welche Spiele Okay Festhalten Ah Aber bei ihm höre ich was Bei der anderen höre ich nichts Auch der Brustkorb bewegt sich Okay Hier ist noch eine Wunde Check your exact location Wo kann ich das? Gibt's hier Schilder? Kann ich auf Hier bestimmt Hab ich ein Navigationssystem im Auto Oder sowas Ja Guck mal hier Hilf den Verletzten Ganz ehrlich Er ist das Kind Für mich ist das Kind Das Kind muss als erstes hier raus Entschuldigung First Aid Kit Achter Was ist das? Handschuhe Klar Handschuhe als erstes an Und hier Kopf in den Nacken Die Wege frei machen Und Hier dieses Kalibran Wie das Ding heißt Das hatte ich auch Noch weiter Muss man das Die Maus immer Mach mal übrigens mit der Maus Das ist gar nicht so leicht Du brauchst super viel Platz Auf dem Schreibtisch Okay Hören Na komm Ja 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 Ähm Jetzt die Die richtige Stellung Das muss man mal lernen Leute Das machen super viele falsch So Anknicken Und rüberziehen So Das Oh 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 Wieso? Wieso? You need to act faster Was ist denn falsch gelaufen? Der Junge war doch gerettet Okay Mit der R-Taste Leute Kann man übrigens Das ist ja Wie gesagt Wir sind ja nicht Im realen Umfallsort Ist ja immer so ein Spiel Ganz klar Aber ich meine Wir sind jetzt nicht Im realen Sondern wir sind In so einer Simulation Auf VR Und wir können Mit der R-Taste Gedrückt halten Können wir Zu einem bestimmten Punkt Zurück gehen So Wisst ihr noch? Wir haben nämlich Hier das Ähm Wir müssen mal gucken Also der Kleine ist nämlich Das Erste der gerettet werden muss Ist genau wie ich gesagt habe Ich glaube sie ist tot Sie ist tot Die Mutter ist tot Wieso hat das denn nicht geklappt? So Was habe ich denn falsch gemacht? Diese war noch genug Zeit Was war denn falsch? Hm Sehr interessant Was war denn Schau Was war denn okay hören alles klar genau wie wir gerade eben auch gemacht haben tollen wir das weg damit nach hinten biegen und dann kopf seitwärts anknicken rüber schieben kopf nach hinten okay ist doch alles richtig was ist jetzt was habe ich denn sonst falsch gemacht der da ist der ist noch am dran der kerl ok dem müssen wir auch ganz 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 schnell helfen wo ist er wieder handschuh an ja oh mein gott oh das ist schwer ich muss hier genau drücken wenn dieser wenn der ok haben es geschafft oder highscore und ich habe keinen platz auf meinen ich höre nix ich höre nix da kommt der krankenwagen oh mein gott ich will hoffen dass wir einiges richtig gemacht haben und wir hoffen ich will hoffen dass wir einige gerettet haben mal gucken so jetzt leute jetzt fängt unsere detektiv arbeit an weil wir sind ja eigentlich da um den fall zu lösen was genau passiert ist wir müssen rausfinden was schritt für schritt was passiert ist also alles andere was vorher passiert ist müssen wir sehr sehr schnell lösen was jetzt passiert ist das ganz gemütlich erstmal gucken, wie wir diesen Fall hier lösen. Was ist passiert? Wir müssen jetzt relevante Sachen angucken. Was haben wir hier? Aha. Glas auf dem Boden gefunden. Das kommt natürlich vom LKW-Fahrer. Genau. Der ist nämlich durch die Scheibe gebrettert. Der Jakob Haraldsson. Haraldsson. Okay. Was haben wir hier? Get inside. Können wir mal zumachen. Brauchen wir nicht. Hier komme ich rein. Haben wir hier noch was anderes? Blut? Ist das relevant? Irrelevant. Okay. Hier sind aber, das sind Bremsspuren. Der den Unfall verursacht hat, ist dieser Wagen. Der ist von der Fahrbahn abgekommen und hat den LKW gerammt. Und der Wagen da hinten hat dann bei der Vollbremsung wohl den LKW von hinten gerammt. Das ist Öl? Benzin? Irrelevant. Was haben wir hier? Aha. Ein Reh? Okay. Also, wir könnten jetzt schon mal ungefähr ausmachen, was passiert ist. Ähm. Er hat gebremst. Eine Vollbremsung oder hat ein Ausweichmanöver gemacht von einem Tier, was auf der Straße war. Hier sieht man das, ne? Seht ihr? Das Tier ist bestimmt von links nach rechts gelaufen. Ja. Genau. Ah, da steht's auch. Guck. Wegen dem Tier hat er ein Manöver gemacht. Mal gucken, wie die Fußspuren, die Fußspuren gehen in diese Richtung. Also ist der, der, das Reh hier lang gelaufen und hier hoch. In den Wald und auf die Wiese. Was haben wir hier? Irrelevant. Okay. Gehen wir weiter. Kann man da was gucken? Irrelevant. Ich glaube, weiter zurück brauchen wir nicht mehr. Also wir sehen hier ist der, genau das Tierkampf von, ja eigentlich von links nach rechts. Die Fußspuren sind doch von da nach hier gekommen. Also, na egal. Hat den LKW gerammt. Der LKW-Fahrer war nicht angeschnallt. Können wir das eigentlich noch sehen, irgendwie? Genau. Der ist nicht angeschnallt gewesen. Truckdriver not wearing a seatbelt. Okay. Der hat den Sicherheitsgurt nicht gehabt. Leute, Sicherheitsgurte anziehen. Glaubt mir. Seid nicht cool. Seid lieber sicher. Und die arme Frau hat eine Vollbremsung. Ja, hat die Vollbremsung ange... Aber es hat nicht mehr geklappt. Susanne O'Länder Breaks and Collide with the Trailer. Okay. Buff, da reingerast. Und das war leider, denke ich mal, dann ihr... Ah, ich muss F drücken. Sie haben es geschafft. Das war, denke ich mal, dann wohl ihr letzter... Ihre letzte Bremsung gewesen. So, leider ist es mir tut. F. Ah, wir müssen die Puzzleteile jetzt in die richtige Richtung rein setzen. Also... Reh... Bremsung... Bremsung... ist durch die Scheibe geflogen. Glas... und Tod. Unfall. Okay, dann ist es hier wohl anders. Dann wird es wohl sein, dass... dass es so ist. Auch nicht. Ach, so rum geht das. Okay. Warum? Als erstes Glas. Fliegt doch erst vorher raus. Okay, dann. Ja, also... Ausweichmanöver. Aus dem Fenster geflogen. Weil er nicht angeschnallt war, ist er hier aus dem Fenster. Und das ist, äh, dann... Es sind ja meistens immer irgendwelche Vollidioten da draußen machen, irgendwelche Sachen. Er hat jetzt natürlich ein Ausweichmanöver für ein Tier gemacht, aber es gibt andere Vollidioten. Ihr kennt das ja selber auf der Straße. Und andere Leute müssen daran glauben. Und das sind meistens dann die, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und sehr oft sind dann auch noch Kinder dabei. Finish Szenario. Okay. Wir haben es dann doch noch geschafft. Jakob Haraldson. Okay. Okay, er hat überlebt. Er hat es wieder im Krankenhaus hat er hat er es geschafft. Ingo of Halt. Ingo of Halt Surrender Surrender Blood. Okay, das ist der, der auf dem Boden lag. Das ist der, der auf dem Boden lag. Das ist der, der im Auto war. Der, der die starke Schnittwunde hatte. Er hat auch überlebt. Hier haben wir sie. Susan Orlander. August Orlander hat es auch geschafft. Und der hat jetzt keine Mutter mehr. Das ist so traurig, sowas, sowas zu spielen. Ich würde gerne die, ah, dankeschön. Das würde ich gerne nochmal lesen. Und die Mutter sieht aber echt alt, echt alt aus. Okay, sie ist sofort gestorben. Warum? Das verstehe ich nicht. Smashed the front window. Aber hatte sie kein Airbag? Hm. Ah, ist das traurig. Der arme August, der ist jetzt, äh, hat ohne Mutter da. Das ist so schrecklich, Leute. Gutes Spiel, Leute. Sowas gefällt mir. Es ist, es ist, äh, also, ihr habt ja gesehen, einmal haben wir es ja falsch gemacht. Und das ist auch gut so, dass wir es falsch gemacht haben. So sieht man, dass das Spiel auch kein, ja, wir machen, ich spiel mal ein Spiel kurz durch und machen, klicken einfach mal überall drauf. Äh, ihr müsstet unten auf die Balken gucken. Ihr müsst gucken, wer als, äh, am meisten verletzt ist. Natürlich, Computerspiel kann man auf die Balken gucken, im echten Leben kann man das nicht. Aber, bei so welchen Spielen kann man wenigstens den Ablauf ein bisschen lernen. bevor man aus dem Auto rausbrettert und losläuft, erst mal die Polizei rufen. Das ist auch, auch wichtig, dass man diesen Schritt, denke ich mal, wagt, äh, nicht sofort rauszulaufen. In Ruhe die Polizei anrufen. Schildern, was, was du siehst und am besten vielleicht auch direkt, wo du bist, damit die Polizei oder der Krankenwagen kommen kann. Und dann erst, natürlich sollte man auf dem, äh, bei einer Umfallstelle erst mal, wenn man sieht, dass was ganz Böses passiert, oder vielleicht sieht man gerade ein Feuer, dann sollte man, glaube ich, auch schneller und anders reagieren. Natürlich, jede Umfallstelle ist natürlich immer anders. Das Spiel hat mehrere Umfallstellen, mehrere Szenarien. Das ist, äh, die, die Demo, die könnt ihr selber mal spielen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag so welche Spiele, ich mag, dass, äh, auch Games mal darauf eingehen, wenn sowas passiert. Ich war selber schon mal in so einer Situation. Ähm, bei, nicht bei, ich selber in der Situation, sondern eine gute Freundin von mir war einmal, äh, in so einer Situation hier, ähm, in Deutschland, ihr wisst ja, ich wohne ja in Italien, aber in Deutschland ist das passiert. Ähm, sie ist von der Straße abgekommen, mit ihrem Auto, ist in den Graben, hat sich überschlagen mit dem Kopf, also mit dem Auto, Dach nach unten und da unten in diesem kleinen Graben war ein kleiner Bach. Ganz flacher Bach und es hat geregnet und das Wasser lief da ins Auto rein die ganze Zeit und es hat kein Mensch angehalten. Kein Mensch. Das war eine befahrene Straße. Wir reden von einer, keine Landstraße, es war ein Stück zwischen einer Stadt und einer anderen Stadt. Das ist eine sehr viel befahrene Straße. Zum Glück hatte sie das Handy dabei und konnte jemanden anrufen. Sie hat mich angerufen, ich habe die Polizei äh, äh, was passiert, weil die Leute nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wie sie, was sie tun sollen. Und ich finde so welche Spiele ganz gut, dann, äh, hat man wenigstens, auch wenn man vieles falsch macht, es ist ja egal, man macht aber was. Ne, es wird ganz sicher keiner böse sein, wenn du was tust. Wenn du gar nichts tust und vorbeifährst, das ist schlimmer, das ist strafbar. Wenn du aber aussteigst und hilfst, ist egal, auch wenn du es falsch machst, aber du hilfst und machst ja was. Das ist wichtig und dieses Spiel gibt dir so mal so ein bisschen Vertrauen in so eine Situation, die man bewältigen muss. Aber ihr habt ja genug gehört von mir. Ich finde sowas gut, ich mag so welche Spiele, ähm, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich die nächsten Szenarien auch machen soll. Dann werde ich mir das Spiel kaufen und werde das Spiel dann mal für euch, äh, mit euch spielen. Schreibt's in die Kommentare. Vergesst den Daumen hoch nicht und wenn ihr so welche Content mögt, einfach ein Abo da lassen und ich sag euch dann mal Tschüss, bis dann.